Mein Name ist Katja Urbatsch und ich bin die Erste in meiner Familie, die einen Hochschulabschluss erreicht hat. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus habe ich ArbeiterkindD gegründet. Gemeinsam mit 6000 Ehrenamtlichen in 75 lokalen ArbeiterkindD-Gruppen in ganz Deutschland ermutigen wir Schülerinnen und Schüler, als Erste in ihrer Familie zu studieren. Wir erreichen jährlich über 30.000 Menschen, das sind Schülerinnen, Schüler, Studierende und Eltern und geben unsere eigenen Erfahrungen weiter. Unsere Ehrenamtlichen sind größtenteils selber die Ersten in ihrer Familie, die studiert haben und freuen sich sehr, wenn sie ihre Geschichte und ihre Erfahrungen teilen können, damit es andere leichter haben. Wir sind arbeiterkind.de und wir sind Sozialunternehmerinnen.